Und jetzt ist es gestartet mit die Spannsnummer 26. Ich bin A.T. Burkhardt-Bär und Tomlick von M.O.T.Bärli. Ich bin A.T.Bär mit der Dessour von 59,2. Für die Zuschauer, die jetzt zu uns gestossen sind, und jetzt mal an einer Fahrveranstaltung sind, ihr seht, die hier Marathon-Hündernisse ausgepackt sind mit A, B, C, D, E, F. Das ist eine kurzfristige Route, wo die Fahrerinnen und Fahrerinnen fahren müssen. Im A und A.T.B. Tornummer B, C und D. Speziell, sie dürfen durch die A-Fahrt von den Toren nicht durch das Tor fahren, wo sie später noch durchfahren müssen. Das heisst, wenn sie die A-Fahrt von B sind, dürfen sie durch A fahren, dürfen aber nicht durch das nachfolgende Tor durchfahren. ... Vielen Dank.